Ich glaube, ich brauche kein Mikrofon, oder doch? Also Herzen Willkommen alle zusammen, alle Freunde, Kunden von uns allen, Liebhaber, ich sage es nicht mehr, wir haben es ja schon gehört, die Dreheit, die uns alle eint. Und das ist der Moment, in dem ich jetzt stillstehe. Der Zeh, ich bin nicht mehr so schnell und wie verrückt und das und da. Und gut, wie du bist, also jetzt bin ich still und freue mich, wie ich habe noch ganz kurz Organizatorisches zu sagen. Es wird in einer guten halben Stunde eine Pause geben, dann kann man sich nochmal versorgen mit entsprechenden Genüssen. Wer einen bestimmten Ort besuchen muss, das geht hier raus, viele haben es jetzt schon gesehen von allen Seiten, man kann auch durchs Büro von vorne kommen, da sind die Toiletten, wir haben hier die großen Tore, diese Tür ist eh auf und hinten auch nochmal großes Tor als Fluchtweg. Also, wenn, hier war die Pandemie, da ist ja mal wieder raus, geht es hier überall raus, sollte das sein, machen wir wirklich sofort alles auf. Und jetzt brauche ich nicht mehr sagen, ich glaube, es ist alles gesagt. Zur Versorgung nochmal, weil es ja sehr spät kam. Wir haben nun mal nette Menschen um uns, alle Jahre und auch heute. Und wir machen das immer mit Vertrauen, mit unseren Kassen. Es sind Reise verzeichnet, Sie versorgen sich mit dem, was Sie möchten und wechseln. Alles gut, dann wünsche ich Ihnen jetzt ganz hartem Spaß und ich brauche nicht sagen, hier kommt er, sondern hier ist er. Danke, 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 danke.